Stopp! Wie vor jedem Video eine kleine Abstimmung und zeig dir dieses Mal, ob du einen Bruder hast. Wenn ja, zeig mir das doch mal mit einem Daumen nach oben. Wenn du eine Schwester hast, dann mit einem Daumen nach unten. Und wenn du Einzelkind bist, dann schreib mir das mal in die Kommentare. Ich persönlich habe einen kleinen Bruder, deshalb Daumen nach oben. Ich sitze hier auf meinem Balkon, drei Videos. Komm mal, mach mal so. Ich glaube, ich sitze hier wieder reingegangen. Ich beeile mich auf jeden Fall. Und damit hey und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es endlich mal wieder ein Back-to-School-Video. Und so gibt es heute einen What's-in-a-Pencil-Case mit der Federmappe meines Bruners. Ich zeige euch so ein bisschen, was da drin ist, wie das Ganze aufgebaut ist. Einfach, damit ihr das für euch anschauen könnt und vielleicht für euch ein bisschen Inspiration sammeln könnt und schauen könnt, ob ihr alles in eurer Federmappe habt, was man braucht. Vielleicht noch wichtige Sachen ergänzend einpacken könnt. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was bei euch in eurer Federmappe noch drin ist. Was jetzt nicht in der Federmappe meines Bruders drin ist. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Vielleicht braucht ihr ja noch eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir jetzt irgendwie übersehen haben oder total vergessen haben. Also vielleicht gibt es ja was bei euch, was ihr noch empfehlen könnt oder was bei euch immer in eurer Federmappe drin sein muss. Ein Must-Have. Irgendwie sowas schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und bevor wir mit dem Video anfangen, geh doch einmal nach unten und schau, ob du mich schon kostenlos abonniert hast. Denn ich lade im August jeden Tag auf meinem Kanal ein neues Video hoch. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und es werden auch noch viele Back-to-School-Videos kommen. Also eigentlich jetzt den ganzen August lang. Und falls du jetzt gerade richtig im Back-to-School-Vibe bist, dann schau doch oben bei meiner Back-to-School-Playlist vorbei. Dort habe ich dir nämlich verlinkt. Da habe ich schon ca. 40 Back-to-School-Videos hochgeladen. Da wird bestimmt etwas für dich dabei sein. Also schau gerne einfach mal vorbei. Aktiviere die Playlist, damit du immer in eine Benachrichtigung kommst, wenn ich ein neues Video hochlade und da reinpacke. Und ansonsten abonniere super gerne meinen Kanal. Wie gesagt, aktiviere die Glocke und schalte die Benachrichtigung an, da ich wie gesagt keine festen Upload-Zeiten habe. Und mehr oder weniger spontan hochlade. Ansonsten kannst du mir auch super gerne auf Instagram folgen und auf TikTok. In meiner Insta-Story kündige ich jedes Video vorher an. Also wenn ihr mir dort folgt, seid ihr auch immer auf der sicheren Seite und bekommt alles mit. Ja und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. Viel Spaß. Ich hoffe, man hört den Wind jetzt nicht allzu krass und man versteht mich gut. Jedenfalls sind das die beiden Federmappen von meinem Bruder. Und zwar einmal diese Federmappe hier von Setsch als seine Hauptfedermappe. Die kennen wahrscheinlich manche von euch schon. Die habe ich letztes Jahr verwendet. Allerdings nur die ersten paar Monate und dann hatte ich meine kleine Federmappe. Also so eine kleine, ich weiß nicht, wie man das bei euch nennt. Schlampeitry. I don't know. Einfach weil mein Ranzen zu klein war und da nicht mehr reingepasst hat und ich sonst nichts mehr mitnehmen könnte. Deshalb hat er die jetzt, weil er jetzt auch den Rucksack von Setsch hat. Also seinen Schuhe ranzen. Und das da einfach ganz gut passt und die ja noch voll in Ordnung ist. Und vielleicht nochmal zur Info. Mein Bruder kommt jetzt in die fünfte Klasse eines Gymnasiums. Und das hier ist jetzt sozusagen seine Hauptfedermappe. Das ist einfach eine von Setsch. Die habe ich euch nochmal separat in einem extra Video vorgestellt. Von Setsch, wo ich euch auch seinen Ranzen gezeigt habe. Und ansonsten gibt es auch noch auf meinem Kanal sein Back to School Supplies Haul für die fünfte Klasse. Dort könnt ihr auch super gerne vorbeischauen. Das gibt es bei dem i verlinkt. Und dann würde ich sagen, machen wir das Ganze einmal auf. Und ich zeige euch, was da sonst so drin ist. Beziehungsweise wie das Ganze aufgeteilt ist. Wow. So sieht das Ganze von innen aus. Hier sieht man erstmal so eine Trennwand hier. Hier oben sind seine fünf Farbe Castell Neonstifte. Das sind solche Filzstifte. Die habe ich euch auch in seinem Back to School Supplies Haul gezeigt. Die Neonfarben hat er und ich habe die Pastellfarben. Die sind einmal hier oben drin. Dann kann man das Ganze hier mit so Klettverschluss aufmachen. Hier hat er dann Platz, seinen Stundenplan einzutragen, den er dann bekommt von den Lehrern. Und hier ist einmal sein Geodreieck drin. Das ist dieses hier. Das hat er ja noch aus dem letzten Jahr. Und das passt hier eigentlich auch super rein, trotz diesem Griff hier. Und ansonsten kann man das Ganze dann hochklappen. Und so sieht das Ganze von innen aus. Hier ist einmal irgendwie alles so ganz bunt gemischt drin. Und es sieht in erster Stelle echt ziemlich leer aus. Aber es ist eigentlich alles Wichtige drin und halt alles, was man dafür braucht. Mein Bruder hat ja noch von seinen Lehrern eine Liste bekommen mit Sachen, die er für die Schule braucht. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch Listen bekommen habt mit Sachen, die ihr braucht für die Schule. Oder ob ihr euch das selber aussuchen könnt. Oder ob ihr da einfach keine festen Vorgaben habt. Ansonsten zeige ich euch jetzt mal im Detail, was da alles drin ist. Und da sieht man hier einmal einen Tipics. Der ist von Pritt. Die haben wir vom Rossmann. Und braucht man halt, falls man mit Kuli schreibt, schreibt der jetzt glaube ich nicht. Aber falls man mit Füller schreibt, das Ganze dann wegkillert. Mit Killer drüber schreibt, dann kann man das ja nicht mehr wegkillern. Und da sieht das halt blöd aus, wenn man das durchstreicht. Und deshalb eben Tipics. Aber hier dieser zum Rollen, nicht der flüssige. Ich finde der flüssige ist irgendwie mega unpraktisch, weil man halt so lange warten muss, bis man wieder drüber schreiben kann. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr lieber mögt. Den flüssigen Tipics oder diesen Tipics hier zum Rollen. Also mein persönlicher Favorit ist wirklich der hier, weil bei dem anderen muss man halt wirklich irre lange warten und es stinkt. Ansonsten ist hier noch einmal ein gelber Textmarker drin. Das hier ist jetzt meiner. Er hat auch noch einen neonfarbenen, aber der ist jetzt hier erstmal stellvertretend drin. Und es stand halt aus seiner Liste, dass er einen gelben Textmarker braucht. Dann ist hier einmal sein alter Inki aus der vierten Klasse drin. Ich weiß nicht, ob sie jetzt in der fünften Klasse mit Füller schreiben müssen oder ob sie sich das aussuchen können. Und das ist einer von Stabilo. Und das ist extra einer speziell für Linkshänder angefertigt, da mein Bruder Linkshänder ist. Falls es manche von euch noch nicht wussten, das ist halt einfach ein ganz normaler Inki. Das hier ist der neue Füller, der ist von Pelikan. Den haben wir jetzt auch neu gekauft extra. Er hatte davor schon einen, allerdings war die Spitze da ein bisschen kaputt und total verbogen. Und deshalb hat er jetzt hier einen neuen. Der ist von Pelikan, den hatte ich früher auch. Das sind diese Twisters. Ich hatte den früher in rot mit so grüner Spitze. Ich weiß gar nicht, welche Farbe diese Spitze hier hat. Jedenfalls ist der so blau-metallik und der glänzt voll schön, vor allem jetzt hier in der Sonne. Und das ist halt ein ganz normaler Füller. Die Spitze ist einfach grau. Bei mir war das hier früher rot und das grün voll cool. Den hatten einfach voll viele aus meiner Klasse. Und unter meinem letzten Video haben auch voll viele von euch geschrieben, dass sie den total mögen und dass den auch viele haben. Und das ist einfach so ein ganz normaler Füller. Und den haben wir vom Rossmann gekauft. Das Spezielle an denen ist ja, dass das Beidhänder benutzen können. Sowohl links- als auch Rechtshänder nutzen können. Und ansonsten, wenn man wie gesagt mit Tinte schreibt, sprich mit Inki oder mit Füller, braucht man auch einen Tintenkiller für Fehler. Der ist von Supersheriff. Der ist von Pelikan. Ansonsten hat er hier auch noch einen Pilot Friction Pen drin. Und da sind das hier die dünnen. Das sind solche auch Inkis. Halt mit der dünnen Spitze und zwar 0... Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall sind das die dünnen. Es gibt ja die normalen, die dünnen. Und ich finde die dünnen einfach viel, viel besser. Ich weiß nicht, ob das für 0,5 steht. I don't know. Jedenfalls ist das Besondere an denen, dass man die hier wegradieren kann, wenn man damit was geschrieben hat. Aber ich glaube, die mögen die Lehrer nicht so. Und vor allem in Klassenarbeiten darf man damit auch nicht schreiben, weil das dann dokumentecht sein muss. Und dann hat er hier noch einen Kugelschreiber drin. Ich glaube, er schreibt gar nicht mit Kugelschreiber. Ich weiß gar nicht, ob die das dürfen. I don't know, aber er hat ihn trotzdem drin. Und das ist auch hier wieder dieser Pilot Jail Pen 207. Davon habe ich auch welche, die kann ich echt sehr empfehlen. Ich persönlich mag die lieber in schwarz. Er hat den jetzt hier in blau drin. Ganz normaler Kugelschreiber. Und bei denen finde ich auch voll schön, dass die so weich schreiben. Also die kratzen überhaupt nicht, finde ich. Und die sind auch mega geeignet fürs Bullet Journal. Benutze ich auch. Also diesen schwarzen davon. Dann hat er hier noch einen zweiten Pilot Friktion Stift drin. Und das ist ein Textmarker, ein Pastellblauer Textmarker. Den habe ich ihm mal geschenkt. Und auch hier kann man den wieder wegradieren. Finde ich auch richtig, richtig praktisch. Wenn man so Sachen in Texten markiert und dann was Falsches markiert hat, kann man das halt wegradieren. Das ist mega cool. Außerdem ist hier noch ein Non-Permanent Edding drin von Faber Castell. Die habe ich in meinem Teddy Haul euch gezeigt. Und das ist einfach ein wasserlöslicher Stift, mit dem sie auf Foliens schreiben müssen. Also kennt ihr das noch? Diese Overhead-Projekte, wo man auf so Folien schreibt und das Ganze dann so an die Wand geworfen wird. Dafür sind diese Stifte, die brauchten sie auch. Und zwar in der Stärke F. So sieht das Ganze aus. Das ist der blaue. Kann man dann entweder mit Wasser entfernen oder eben hier hinten wegradieren. Das finde ich auch immer richtig praktisch. Weil Wasser hat man jetzt nicht immer so. Aber diesen Radiergummi kann man halt auch so kleine, flegrane Sachen wegradieren. Wenn man das jetzt großflächig wegradieren möchte, dann ist wahrscheinlich Wasser besser. Aber wenn man so punktuell irgendwas entfernen möchte oder ausbessern möchte, ist dieser Radiergummi echt praktisch. Dann ist hier noch einmal sein neues Lineal drin. Das ist ein 15 cm Lineal. Haben wir vom Rossmann. Das ist so neongrün. Die sind einfach so grün. Das ist sogar bruchsicher bzw. beweglich. Aber ich würde es jetzt nicht ganz so ausnutzen. Weil so flexibel und dehnbar ist es jetzt, denke ich, dann doch nicht. Ansonsten hat er hier noch einen Klebestift drin von Umpu. Das ist so ein kleiner, der passt einfach perfekt hier so rein und nimmt überhaupt nicht viel Platz weg. Ansonsten noch ein ganz basichaftes Radiergummi. Basichaft, ich glaube, das Wort gibt es nicht mehr, aber lol. Ein ganz normales Radiergummi. Ich glaube, die hat auch jeder schon mal. Das sind halt diese ganz typischen von Faber Castell. Die sind aber auch echt mega gut. Und ansonsten sind hier unten noch seine Buntstifte drin. Die braucht er auch. Ich weiß nicht, ob er mit Filzstift schreiben darf. Aber ich glaube, vor allem in den Unterstufen braucht man halt echte Buntstifte, weil man halt damit noch viel so markiert und macht. In der Oberstufe oder in den höheren Klassen gar nicht mehr. Haben wir auf jeden Fall auch neue gekauft. Schaut gerne dafür in dem Backdisco Supply Shop von ihm vorbei. Da zeige ich euch die nochmal. Die sind von Pelikan. Und da sind eigentlich alle Farben dabei, die man braucht. Es gibt auch noch viel, viel mehr. Es gibt viel, viel weniger. Aber das sind erstmal alle wichtigen Farben, die man halt auf jeden Fall benötigt. Und dann sind hier noch solche Ösen für Stifte, die man reinstecken kann. Hier stecken einfach seine Patronen drin für den Füller zum Auffüllen. Damit die nicht in der Federmappe rumfliegen und dann vielleicht zerplatzen. Könnte so auch passieren. Aber so sind sie wenigstens an fester Ort und Stelle. Und das war es eigentlich schon mit allen Sachen, die hier drin sind. Kommen wir nun noch zu dieser Seite hier. Und da ist hier einmal sein Bleistift drin. Und das ist einer von Städtler. Den kann man hier unten so rausdrücken und hier hinten auch anspitzen. Also hier in diesem Ding ist ein Anspitzer drin. Hier kann man die Mine anspitzen. Voll cool. Und das ist einer in H. Er hat auch noch einen in HB. Den zeige ich euch gleich. Dann ist hier noch einmal ein zweiter Inki von ihm drin. Ist mir schon öfter passiert, dass ich meinen Füller irgendwie zu Hause liegen gelassen habe. Einfach wegen Hausaufgaben oder so. Und dann hat er wenigstens noch einen Ersatz Inki. Und dann sind hier oben noch seine drei Fineliner drin. Von Stabilo sind die. Und zwar braucht er auch drei Fineliner in bestimmten Farben. Und zwar Rot, Grün und Schwarz. Die haben wir auch vom Rossmann. Und dann war es soweit auch schon, was in der Federmappe drin ist. Dann gibt es noch dieses Fach hier. Jetzt zeige ich euch auch mal, was da drin ist. Und zwar ist eigentlich nicht viel drin. Und zwar zum einen einmal Karteikarten, ganz einfache. Die hatte ich bei mir auch immer drin. Kann man immer gebrauchen. Und dann befindet sich hier oben noch sein Taschenlocher drin. Den haben wir auch vom Rossmann. Und den, finde ich, kann man auch immer gebrauchen. Kann man auch in Ordner heften. Aber er hat jetzt keinen Ordner. Deshalb kann man den auch super hier oben in die Federmappe einfach machen. Und wirklich, Leute, wie oft passiert das bitte, dass Lehrer vergessen, Zettel zu lochen. Und dann ist man auf jeden Fall der Held, wenn man so einen Taschenlocher hat. Und der kommt dann wieder hier rein. So, und das war jetzt wirklich alles, was in seiner Federmappe drin ist. Kommen wir nun zu seiner zweiten Ersatzfedermappe. Und zwar ist das diese hier. Die ist aus dem Teddy. Und zwar mit solchen Fortnite-Emotes. Lol, ich kenne mich damit absolut nicht aus. Fragt mich nicht. Und zwar ist das einfach so eine Ersatzfedermappe. Ich kann euch da auch mal zeigen, was da drin ist. Und zwar halt eigentlich im Großen und Ganzen nur so Ersatzzeugs. Beziehungsweise Sachen, die man nicht so oft braucht. Wie zum Beispiel ein Edding. Braucht man echt oft für Plakate. Meistens haben die Lehrer auch welche dabei. Aber ansonsten, wenn man das so privat macht. Auf jeden Fall immer cool dabei zu haben. Dann ist hier noch einmal seine Schere drin für Linkshänder. Die ist auch von Pelikan. Ansonsten nochmal seinen alten Füller und Inki. Ich weiß nicht, ob er die noch weiter nutzen möchte. Sind die jetzt trotzdem erstmal drin. Ansonsten sind hier noch Ersatzpatronen, beziehungsweise Ersatzminen für Füller und so drin. Auch hier wieder von Pelikan. Ein Ersatzklebestift hat er auch noch aus dem letzten Jahr. Der ist von Pritt. Der ist neongrün. Eigentlich voll die coole Farbe. Ich habe den sogar in Pink. Okay, der sieht jetzt wirklich echt eklig aus. Deshalb zeige ich euch das jetzt mal so. Der ist auf jeden Fall echt cool grün von innen. Und ansonsten ist hier noch ein Bleistift drin. Und das ist einfach so eine Federmappe, die er halt nicht jeden Tag braucht. Aber halt eigentlich irgendwie immer doch braucht und immer dabei haben kann. Einfach damit sie im Ranzen ist. Auch wenn er sie nicht jeden Tag rausholt und benutzt. Aber es ist eigentlich ganz praktisch, so eine Federmappe zu haben. Wenn man zum Beispiel die große Hauptfedermappe vergisst, hat man dann halt trotzdem noch einen Füller oder einen Inki und einen Bleistift zum Schreiben. Ist eigentlich ganz praktisch. Weil wenn man dann eine der beiden Federmappen vergessen hat, immer noch was hat zum Schreiben und nicht irgendwelche Nachbarn fragen muss. Und das war es jetzt im Groben und Ganzen zu seinen Federmappen. Ich hoffe, ich konnte euch das gut zeigen und erklären. Ich hoffe, man konnte mich verstehen. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, ob ihr noch irgendwas ganz Wichtiges habt, was da unbedingt noch reingehört, was wir jetzt vergessen haben. Achso, sein Anspitzer gehört da auch noch rein. Der ist allerdings noch nicht angekommen, da er ja Linkshänder ist und er dafür einen speziellen Anspitzer braucht. Und wir den jetzt im Laden noch nicht gefunden haben, deshalb haben wir den bestellt, aber der ist wie gesagt noch nicht angekommen. Der kommt dann aber auch noch rein, aber in diese Federmappe hier. Das war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, dass das mit dem Wind nicht zu laut war. I'm sorry dafür. Aber ich sage mir, es ist so schönes Wetter. Ich kann mich ruhig mal auf den Balkon setzen. Schreibt mir super gerne eure Federmappen Must-Haves in die Kommentare, was ich jetzt vielleicht total vergessen oder übersehen habe. Dass wir uns einfach so ein bisschen austauschen können, was in eurer Federmappe niemals fehlen, davon immer dabei ist. Mein What's on my Pencil Case wird es die Tage auch noch geben, also seid gerne dabei. Seid aktiv auf meinem Kanal, abonniert ihn gerne, dann schaltet euch die Glocke an, aktiviert euch die Playlist. Dann bedanke ich mich natürlich ganz, ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen und würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn wir uns morgen oder bei einem meiner anderen Videos wiedersehen. Bis dahin, ciao, habt euch lieb. Bis dahin, ciao, habt euch. Bis dahin, ciao.